Milliarden an Steuern wurden nicht gezahlt. Und sie tun es wieder. Der ausgekochte Steueroasenprofi, die gewiefte Zahlenverdreherin und die ausgefuchste Bilanztrickserin sind zurück. Ihr Plan ist getrieben von Raffgier. Sie betrügen uns um Steuergelder, die dringend gebraucht werden. So wächst sie weiter, die soziale Ungleichheit. Weil Steuergelder für Bildung und Gesundheit fehlen. Die Deals der Konzerne bleiben im Verborgenen. Bring Licht in die Machenschaften der Konzerne.